Willkommen bei einer weiteren Folge Civilization Beyond Earth und ja, wir werden heute gegen § 80 des deutschen Grundgesetzes verstoßen. Die Vorbereitung und Planung eines Angriffskrieges. Weil uns zu langweilig ist. Ganz übel. Jo, das heißt aber nicht gleich zu Beginn davon, sondern a little bit later. So, eigentlich kann er ein bisschen weiter weg, ne? Weil der Flieger kann hier angreifen. So werden wir direkt im Beschussreichweite der Stadt. Das ist sehr ungesund. Natürlich ein Handeltrennboi. Sieben klingt wenig. Da geht doch noch mehr. Acht. Acht. Puh, das ist wohl nach. Mehr weiß. So. Jo, Generator, Strom und Äpfel. Ups. Das war wohl ein Gefecht. Kurze Runde. So. Magbarnbau natürlich. In 65. Jungs und Mädels, ich muss was machen. Und wenns, falls mein Männer ist, dann kann uns mal, oder? Ganz gepflegt. Gut. Jo, eigentlich flützt es. Schön friedlich. Zack. Genau. Magbarnbau ist angekommen hervorragend. Der kann sich ausheilen. Den lassen wir uns mal einen Tick, einen ganz kleinen Tick entfernen. Entfernenparken. Bereitschaft. Juppi. Kann loslegen. Energiewissenschaft. Ich glaube, Energie ist wichtig. Befördert. Wir wurden verdammt. Juppi. Das ist okay für uns, oder? Die verdammten. Gut. Wir könnten... Ich will noch so einen Flieger. Ich will noch so einen Flieger. Ich will noch so einen Flieger. Mhm. Tucknetknoten. So. Wo ist der Flieger? Warte, du siehst. Ah, okay. Ich muss zuerst hier zum Knoten. Neu Paris. Mhm. Wo steht das? Hier, Neu Paris. Nirgends. Muss ich rumklicken und rumsuchen. Glückstreffer. Nein. Oh. Kommt, finde ich, hier... Gut, da ist er, hervorragend. Also, Stempfwechselmodus. Was? Wohin? Erstmal nach Norden, okay. Und der hier, bei Berlin. KNDR ist am stärksten. Oh, Stärke 4, 20. Spezialeinheit. Ganz so stark, aber kostet nicht so viel Axid. Angriffsreichweite. 2. 2. Warnkampf 20. Stärke 6. Stärke 5. Ah! Stärke 6. Stärke 5. Kalonier. Ja. Wir haben Krieg. So. Genau. Der kommt jetzt... Direkt nebenan. Nächste Runde. Was ist der hier eigentlich, ja? Mit seinem coolen Gerät. Einen Zerstörer. Mit zwei... Dienst-Kart-Streifen umlauf. Wir haben gar keine Eins. Nur Übung. So. Ja. Das ist doch was zum Aufwärmen für uns, oder? In einem Rutsch. In einem Rutsch. Von wegen kein Rutsch. Ausgeheilet. Scheint sich. So. Auch hier. Eine Aktion. Ah! Der Kolonist. Okay. Ok, den wollte ich unbedingt, weil uns hier drei Phyraxid anlächeln, die ich unbedingt haben möchte, die wir brauchen. Also hier würden wir noch eine abkassieren in der nächsten Nähe. Aber ich glaube, wenn wir im Inland hier angehen, oder hier, jo, es geht auch. Komm, hierher. Supi, der ist gewachsen. Und frisst uns die Halle vom Kopf. Hierher. Adelbüse. So, wohin kannst du aufs Schiff offenbar nicht? Gehst du mal hierher? Gewachsen. Hallennest. Haar. Das ist jetzt völlig ganz klar. Du. Geh hin. Hier. Rein. Nein? Hm? Nein? Gut, dann nicht. Gehst du dafür eins rüber? So. Genau. Der Kopf wird den Nadeldüsel frei, aber brauchen wir ja nicht. Was brauchen wir? Energie. Kein Militär. Ich glaube schon. Komm, einen noch. Einen letzten Kanonier. Macht süchtig. Lied herzubauen kann nie mächtig genug sein. Aber es frisst uns die Haare vom Kopf. in jede Widerhinsicht. In jede Widerhinsicht. Oh. Oh, ein Wurm. Na dann sagen wir Ferngriff. Kann man die nachhausholen lassen, ohne hier wieder zucken zu müssen. So. Das ist der Jürer. Jürer kann warten. So. Kommt der auf den Dinger drauf. Da ist einer drauf und mit einem ist er schon vollkommen überbelegt. Alles gut. Tja Jungs. Wir anfangen mit Backbahn bauen. Nein, wäre Blödsinn, ne? Warte, wäre Blödsinn. Aber, mehr geht hier nicht. Wir bauen die Bahnen hier. Doch, die bauen wir. Magbahn. 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 Alles gut. Neun. Kurzer Blick. Das ist sogar 11. Ganz klar das. Ups, ein Wert hervorragend. Das ist nur noch so wenig. Das ist nichts. Das ist eine Option. Energie. Das merken wir uns. Das ist ein, das ist uns. Das ist ein, das ist etwas. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist das Schrecklicheazier. Eindruck. Das ist für mich so wenig. Ich denke einfach. Auf jeden Fall kriegen wir mehr Feuerschaft, ne? Dann nehmen wir doch das hier. So, aus minus 71 wird minus 19. Hallo, wir sind wieder zurück im Spiel. Still, we are back in the game. Nächste Runde. Nächste Runde. Das ist doof. Was sind das hier? Er hat eine Quelle? Nein, 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 nein. Das ist eine Quelle? Das ist die... So, der ist ja fertig. Dann macht er hier weiter. Kann man hier? Kann man hier? Ist ja schön. Hier her. Imposant, ne? Der einzige Imposante Elgen hier. Na, komm, komm, komm. So. Wir machen keine drei Markbahnen hier drüber, oder? Nein, machen wir nicht. Das ist ja beschwert, aber... So beschwert auch den nicht. Wir sind überall Markbahnen, ne? Haben wir sie so schlank und die so fett? Hm. Wir haben nichts gegen fette Markbahnen, oder? Nein, haben wir nicht. So. Warte, ob das hier schreit nach... Das hier schreit nach... Collection, Verbindung. Warum, wir sind dann hier im Verkaufsland. Haben wir hier... ... die Mittel-Markbahnen, ... ich glaube, das ist das Wäschende. Hier ist schon der Markbahnen, oje. Na dann ... ... machen wir ja weiter. Keine Merkbeine. Gehen wir herüber. 10. 10 ist glaube ich gut. Da kann man nicht viel Falschum haben. Der kann den Bonus wählen. Schön. Nein. War früher auch cooler. So. Und das war's. Tackensloten, jawoll. Gehen wir verlegen? Nein. Na dann. Da war ja hier einen Krieg starten. Zack. Kanonier. Der kann. Der kann. Wo kann der hin? Nimmst du mir erstmal? Ja, der kann hierher. Der hört sich aus. Ich verspreche euch. Ich verspreche euch. Vor Grunde 290. Schlagen wir los. Technologie. Gibt's nichts. Okay. Wohin? Wohin? Der war böse für uns. Das ist anfällig. Dann nehmen wir den. Anfälligen. Ist doch klar. Eben ist das nervig. Du haust auf. Und du räumst auf. Und du räumst auf. Peanuts. Ui. Warte. Leine weg, oder? Das weiß ich. Das war's auch schon. Der Zaun. Okay, warum nicht? Jo, und jetzt. Ist es soweit. Steigen wir oben auf. Degelproduktion. Oder Gesundheit. Energie ist gut. Sieht genauso. Gipfel für Energie. Also. Da hatte ich mir mehr versprochen. Ja, genau. 9. Ich kann mal riskieren. Digi-Lebinar. Nein, hier unten. Oh. Ich bin kurz irritiert. Es sind weiterhin Platz 2. Also. Weit weg. Von allem. Oh. Das sind Sprüche, oder? Ja. Top dich hier mal aus. Mit den bösen Wurmen. So, ein Berg, ein Hügel, 3 Energie, 2 Produktionen, die haben ja gar nichts, ne? Wir haben noch keine einzige Farm gebaut. Das so wenig bringt, ne? Gut, sei es drum. Na lieber, passen wir erstmal raus und heilen. Heilen, das kann wohl. Tja. Was wir hier schon könnten. Machen wir das. Auch du? Lass mir erstmal raus. Gibt einen Bonus. Verschanzen. Kein Jasma. Verschanzen. Du bist im Jasma. Das ist da raus. Genau, du wolltest eine Magban bauen. Dann mach das auch gefälligst. So, und nächste Runde. Minus 14 war Gesundheit. Klar. Die kostet uns auch sehr viel. Ja, hier. 50% Faxzucken. Gekürzt. Nicht schön. Das ist wie rauchen. Langsame Axtung. So. Was haben wir hier? Nicht ausgebaut. Okay. Hier weiter. So klar. Magban gebaut. Oder was anderes. Ah. Bier. Spitze. Ja. Logik verlieren. Das geht nicht. Kann ich erstmal rausrufen. Also. Sumpf trocken. Hervorragend. Der ist vor Ort. Hervorragend. 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 Aus ist gelb. Nur 5. Hier sind es 9. Immer doch nur Berlin. Ganz schön heiß. Hervorragend. So weit so gut. Kann ja was sinnvolles bauen. Hier drüben. Schwiebschen druch. Er kann heilen. Ja. 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 Agent kommt an. Herzwerk. Vollkommen klar. Gewachsen. Weitgeist. Zwei guten Abend. Puh. Gesundheitenschnell. Das hier ne. Klinik. Bei Dirac geht es wirklich gar nicht. Neu. Ist beschrieben. Monaco. Auch die kleinen. Schreiben. Schreiben. Die hält wirklich groß. Ich bin gespannt. Scheinbar schauen wir die groß. Alle. Stücke. Na gut. Na gut. Zack. Minus 29. Nur minus 4 Energie. Sauber. So. Ja. Keine Gebäude zu bauen. Also. Energie plus 5. Vervorragend. Die Jungs. Ich fürchte. Ich muss. Mich von euch steinigen lassen. Die beiden Kanoniere sind auf dem Weg. Aber schaffen sie rechtzeitig. Und ohne die. Macht ein Angriff keinen Sinn. Nur von zwei Seiten zu beschießen. Nur von zwei Seiten zu beschießen. Dann kratzen wir ab. Wir müssen hier auch von. Der Entfernung. Angreifen. Ja ich bin ein Schwein. So. Der ist da. Wo er ihn soll. So. Minus 29. Plus 10. Und. Schwuppdiwupp. Nichts getan. Wie lässig. Gut. Jetzt mal entfernen. Hervorragend. Er baut schon an der Magdbahn rum. Ich glaube hier oben. Bringt es mehr. Natürlich. Natürlich. Na. Natürlich. Der ist fertig. Kann hier oben helfen. Ja. Jawohl. Produktion. Gesundheit zuerst. Gute Energie. Wunderbar. Akku ist fleißig. Das ist richtig gut. Ja ja. Die fallen ein bisschen zurück. Aber. Der General Vadim. Ist uns auf der Spur. alles nicht so schön. Alles nicht so schön. Verschanzen. Jawohl. Verschanzen. Jawohl. Jawohl. Verschanzen. Erstmal entfernen. Rüberfahren. Die Magdbahn bauen. Oh. Da gibt es Frieden. Frieden ist immer schön. Haha. Das bringt uns nichts Energie. Nein. Nichts. Raffinerie. 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 Letzte Runde. Raffinerie. Ja, ich habe jetzt im Krieg. Tut mir leid. Lass mich verschieben. Wir wollen ja mindestens eine Chance haben zu gewinnen. Das sind ja keine Amateurige. Das ist ja ein Profispiel. Das ist eben schäftig. Noch ein bisschen. Jo. Soweit so gut. Soweit. 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 Wir fahren mal rüber. Und auf rein! Marked Bahn bauen! Wir bauen eine Marked Bahn! Und die Tour. Gut. Er kann nicht fehlen. Das wollen wir machen, was er kann. Jo, das war Bode 290. Hier wollen wir ran. Nacknetzknoten. Hier werden wir den Beschuss einleiten. Hier haben wir 2 Flieger, die wir greifen können. Hier sind unsere Kanoniere, die hier Platz nehmen. Ja, in der nächsten Folge gibt es Krieg. Freut euch! Oder auch nicht, der Pazifisten. Hier, Wien. Wird der Verlier übersehen. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Bautrupp. Ja, wir brauchen definitiv noch einen Bautrupp. Aber alles das nächste Mal. Wir nehmen hier die Tretwende geschöpft. Wieder auf hohem Niveau. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nebulon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.